Mir gefiel die französische Sprache schon immer. Wir sind früher als ich klein war in den Urlaub nach Frankreich gefahren. Den Städtepartnerschaftsverein gibt es seit 2006. Wie es der Name Deutsch-Französischer Verein halt eben schon sagt, engagieren wir uns in der Freundschaft zwischen Deutschen und Franzosen. Ich war schon geräumige Male in Bougonet. Ich kann das gar nicht mehr so richtig zählen. Ich würde mal sagen circa zehn Mal. Wir werden in diesem Jahr wieder traditionell unsere Filme zeigen aus der französischen Kinofilmreihe. Unsere Filme haben alle eine französische Produktion, eine französische Handlung. Die meisten Filme spielen in Frankreich oder eben in der Bretagne. Allerdings zeigen wir die Filme in deutscher Sprache. Dieses Jahr freue ich mich besonders auf das 30-jährige Jubiläum, welches wir in Bougonet feiern werden. Ich freue mich über die Partizipation des Chorales Allemandes, um in der Musik die französische Harmonie französische Harmonie zu erleben, während der Jubiläum mit den Chefs der Chöre. Und dann, um andere Gespräche musikalische Gespräche zu erinnern und um vielleicht ein Festival des Chöres französisch in den Ländern der Loire. Im letzten Jahr haben wir unser 100. Mitglied gewonnen und vielleicht packen wir in diesem Jahr 150 Mitglieder.